Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsworte. Gebet. Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut um den unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen. Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilandsworte. Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, mein Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alles. Besonders die Priesterseelen und die Gottgeweiden. Mit der großen Bitter, diesen Liebeslach, mit jedem Atemzug, mit jedem Polschlag, tausmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Bitte täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria. Tausche bitte mein sündhaftes, wankermütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Amen. Amen. Liebster Herr Jesus Christus, von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wankermütiges Herz aus, gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du Guter und Getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Amen. Goldenes Adel Maria, wie der heilige Gerd wurde offenbar. Sei gegrüßt. Du beise Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit, du leuchtende Rose himmlischer Anmut, von welchem der Vater der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und zu allen deinen Segen gib. Und zu allen deinen Segen gib. Zeigtslehnt sich dir ja direkt. 사실 von Espeuten will er sie nicht Jesus Christus dem van ключen. Gehnt dielichkeit des Pilates, Und um, dass ich Hoffnung nicht gespend. So aumentлись. Vielen Dank.